Zins- und Schuldenpolitik Zins- und Schuldenpolitik Manche Dinge benötigen Zeit Wer heute einsät, kann nicht morgen schon ernten Nicht nur in der Natur, auch in der Wirtschaft benötigen die Dinge Zeit Besteht zwischen Ursache und Wirkung eine zeitliche Erstreckung Das gilt gerade auch für die Zinspolitik der Zentralbanken Wenn die Zentralbankräte beispielsweise heute die Zinsen anheben Werden die Folgen nicht schon morgen, sondern erst in ferner Zukunft Und auch nur nach und nach sichtbar Zwar reagieren Wechselkurse, Aktien und Anleihekurse Meist sofort und unmittelbar auf Zinsveränderungen Beziehungsweise sie reagieren schon meist im Vorfeld der eigentlichen Kreditkostenanpassung Aber eine sehr wichtige Folge geänderter Zinsen stellt sich erst mit einer Zeitverzögerung ein Gemeint ist die Folge für die Zinskosten der Schuldner Warum? Nicht alle ausstehenden Schulden werden im gleichen Jahr Sondern die Schulden werden erst über einige Jahre hinweg fällig Nehmen wir einmal an, die durchschnittliche Kreditlaufzeit in einer Volkswirtschaft beträgt fünf Jahre Jedes Jahr werden dann 20% der Schulden fällig Entweder müssen diese dann fälligen Schulden zurückgezahlt werden Oder der Kreditnehmer muss sie durch neue Kredite ersetzen Das ist eine wichtige Einsicht Denn in den letzten Jahrzehnten sind die Volkswirtschaften immer mehr zu Dauerschuldnern geworden Das war im Grunde problemlos Schließlich fielen seit Anfang der 1980er Jahre die Kreditzinsen weltweit mehr oder weniger stetig Seit Anfang 2022 sind sie allerdings stark angestiegen, weil die Zentralbanken die Leitzinsen angehoben haben Der jahrzehntewährende Zinsabwärtstrend wurde dadurch gebrochen bzw. unterbrochen Und das bedeutet, wenn jetzt Kredite fällig werden, die mit einem niedrigen Zins ausgestattet waren Dann müssen sie ersetzt werden mit Krediten, die einen viel höheren Zins tragen Für die Dauerschuldner steigt jetzt die Zinsrechnung von Jahr zu Jahr an Der erhöhte Zins frisst sich sprichwörtlich nach und nach in die Kosten der Firmen, der privaten Häuslebauer, der staatlichen Haushalte Bald werden alle merken Die Folgen Warum aber, so werden sie jetzt vielleicht fragen, hält sich die US-Konjunktur noch relativ gut Zwei Jahre, nachdem der Zinssteigerungszyklus begann Nun, ein Teil der Antwort ist Der Effekt höherer Zinsen braucht eben Zeit, bis er umfänglich sichtbar wird Der andere Teil der Antwort lautet Die US-Regierung verfolgt eine gewaltige schuldenfinanzierte Nachfragepolitik Dadurch erzeugt sie quasi künstliche Nachfrage, die Einkommen schafft, Arbeitsplätze erhält Und die vor allem auch den Schuldnern hilft, ihre Schulden auch bei erhöhten Zinsen noch bedienen zu können Im Grunde ist die US-Wirtschaft dadurch stärker denn je abhängig von einer Fortführung der staatlichen Schuldenpolitik Doch wie lange kann das gut gehen? Der Schuldenberg der USA wächst und wächst Weil die Zunahme der Schulden, die Zunahme der Wirtschaftsleistung übersteigt Und der gestiegene Zins erhöht nun auch noch die Zinskosten der Schuldner Vor allem der Staatsschulden Das wiederum löst bei Investoren Zweifel aus, ob denn die US-Verschuldung noch tragfähig ist Anleger ziehen sich aus dem US-Schuldenmarkt zurück Und das übt tendenziell Aufwärtsdruck auf die Kapitalmarktzinsen aus Die Verteuerung der Zinskosten für alle Schuldner würde natürlich irgendwann die Verschuldeten in die Zahlungsunfähigkeit treiben Einen Systemcrash bewirken Doch muss man mit diesem Ergebnis notwendigerweise rechnen? Auf was muss sich der Anleger einstellen? Drei Szenarien sind hier zu überdenken Szenario 1 Die US-Zentralbank senkt die Zinsen Gleichzeitig fährt die US-Regierung ihre schuldenfinanzierten Ausgaben zurück Die ausfallende Staatsnachfrage würde hier vermutlich kurzfristig die Konjunktur absacken lassen Gleichzeitig würden jedoch Zinssenkungen eine schwere Bruchlandung abmildern Es wäre hier vermutlich mit einer relativ milden Anpassungsrezession zu rechnen Szenario 2 Die US-Zentralbank senkt die Zinsen, während die US-Regierung an ihrer Verschuldungspolitik festhält Das Ergebnis wäre, dass die US-Konjunktur einen zusätzlichen Anschub erhielte Und eine verbesserte Konjunktur hegt die Sorgen der Anleger vor einer weiter steigenden Verschuldung ein Verlagert sie auf einen späteren Zeitpunkt Szenario 3 Die US-Zentralbank hält die Zinsen dort, wo sie jetzt sind Und die schuldenfinanzierten Staatsausgaben werden zurückgefahren Das aber wäre der sichere Weg in die Rezession Und erscheint politisch gesehen daher auch als ein sehr unwahrscheinliches Szenario Wir können festhalten, Szenario 1 heißt milde Anpassungsrezession Szenario 2 bedeutet, Konjunktur bekommt einen zusätzlichen Anschub Politisch gesehen ist Szenario 1 attraktiver und damit auch wahrscheinlicher als Szenario 2 Man kann also durchaus damit rechnen, dass die US-Zentralbank eher früher als später Den Fuß von der Zinsbremse nimmt Gleichzeitig die US-Regierung weitermacht mit ihrer Verschuldungspolitik Und dass das Ganze mit einer weiterhin für viele Marktbeobachter vermutlich überraschenden Relativ positiven Konjunkturlage einhergeht Die Chancen stehen also recht gut, dass die USA wohl wieder einmal davon kommen werden Mit ihrer Politik, akute Probleme in die Zukunft zu verlagern Mit einer Politik, die man im Englischen auch als Kicking the can down the road bezeichnet Was sollten Anleger tun? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktienkurse zunächst weiter ansteigen Dass die Preise für Gold und Silber weiter in die Höhe klettern Dass sich auch die Immobilienpreise in vielen Volkswirtschaften weiter oder wieder verteuern Ist groß Anders gesagt, die Politik der Inflation geht weiter Die Kaufkraft des Geldes wird herabgesetzt, weiter zerstört Doch auch wenn in der nahen Zukunft die Welt sich quasi in gewohnter Weise weiter drehen zu scheint Sollte der Anleger die dunklen Wolken, die sich zusammenbrauen, nicht übersehen Die Überdehnung des weltweiten Schuldgeldsystems, angeführt von den USA, wird immer dramatischer Immer stärkere staatliche Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft sind erforderlich Um die Scheinwelt, die Reichtumsillusion zu erhalten Die Verarmungswirklichkeit, die mit der Schulden- und Geldmengenvermehrungspolitik verbunden ist, zu übertünchen Als Anleger ist man daher vor allem gut beraten, Reserven aufzubauen Das heißt, wenn möglich, Konsum einschränken und vermehrt Ersparnisse bilden Und die Ersparnisse in Aktien, vor allem aber auch in physischen Edelmetallen halten Insbesondere in Form von physischem Gold und Silber Und jetzt sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn Läuten Sie die Glocke und folgen Sie meinem Kanal Vor allem aber lade ich Sie nochmals herzlich ein, meine Website zu besuchen unter www.boombustreport.com 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 www.boombustreport.com